Hallo Leute, herzlich willkommen auf den Kanal StandoGaming und wie ihr hier sehen könnt, spielen wir heute mal wieder eine Runde Ark Survival Evolved. Heute wollen wir mal wieder versuchen, das weiß ich, dass ich hier eventuell mal wieder diesen komischen Schildkröten-Typ da eventuell erledigen kann und auch hier Dächer platziere. So, ich habe jetzt hier übrigens wieder angemacht, was das ist, also jetzt kann ich wieder sehen, was das hier alles ist. Das ist geil. Ja genau, das kann man hier raus. Wir können hier mal wieder die Bären und sowas alles reinpacken, falls wir die für irgendwas mal brauchen. Ich denke mal nicht, dass wir die für irgendwas brauchen, aber wenn wir Dinos haben wollen, dann brauchen wir die für irgendwas. So, das hat gerade keinen Sinn ergeben, was ich gesagt habe. Egal. Vielleicht schauen wir noch. Ja, wir müssten jetzt einfach nur auf Suche gehen. Bam. Bam, 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 bam. Warum komme ich jetzt bis Savos, hä? Können auch ein bisschen Steine einsammeln. Die kann man tatsächlich nie genug haben. so jetzt sagen fällen wir auch im kozess hier man warum hängt es denn immer hier wann geht dieser mensch eigentlich mal weg in zwei stunden erst so wir müssen unser inventar mal ansehen in sind so komische sachen die irgendwie alle nicht brauchbar sind kann man die in die offhand jetzt packen nur man kann die nehmen man kann damit gar nichts mal egal so jetzt liegt es erst mal wieder alles ach ich habe eine achse nahm dann geht doch nicht ja hier sind tatsächlich ein paar bin ich zu schwer oder was boah Junge ich dachte gerade da ist irgendwas ähm zu viele steine hä was habe ich denn so was habe ich denn bei dass es so schwer ist gewicht ach das holz mit dem holz geht das mit der bola dass ich die anschießen kann oh der super funktioniert mann ja 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 darf nur nicht so nah an dem so boah da folgt mich ja bis ins weiße nicht was komm jetzt ha ich hab ihn ja jetzt kann ich den irgendwie zähmen aber was kann ich denn ah so wild ja das ist ein karbo was für ein ding gut ich muss mal kurz was gucken wie der heißt einen moment okay ich weiß jetzt ähm er braucht tatsächlich Bären wir müssen ganz schnell Bären holen ähm ich weiß nicht mehr ich weiß nämlich gar nicht wie lange der jetzt rumliegt ähm wir holen einfach mal ganz schnell tatsächlich einen ein paar Bären das gute ist ich weiß immer wo unsere Base ist weil wir wir wohnen halt hier immer ganz am Ende der Welt so ganz schnell ganz schnell ganz schnell hop wir haben doch hier ganz gute viele Bären wir sollen Narco Bärbys mitnehmen ich nehme einfach alle Bären mit die ich habe wow 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 so wir können auch noch mal ein bisschen frische neue Bären mitnehmen so zack 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 so ganz schnell zu ihm ich komme doch bleiben sie bitte liegen also man soll einfach Narco Bärbys da reinpacken ich nehme mal ein bisschen ein paar Steine mit so kommen sie her so äh Bären einfach die hier rein so ah ja der frisst es jetzt komm schon 30% 36% oha das klappt ja wie 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 angege angege angegessen wie nennt man das jetzt bleibt er bei 36 was ist denn das hier du kannst auch noch mal Mecho Bärbys essen aber mehr habe ich für dich nicht kleiner joa alles gut he ok ok ja gut ich weiß jetzt nicht ah jetzt ist er wieder ok also man muss einfach nur warten bis er wieder Hunger hat und dann ist er das ne wie lang ist die Betäubung noch geht die Betäubung geht noch hm 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 ich glaube ich würde hier auch mal ein bisschen Narco Bärbys reinpacken sind doch Narco Bärbys oder ja Narco Bärbys genau weil dadurch wird er ein bisschen mehr bewusst los ansonsten muss ich einmal in ihn reinhauen ja komm schon eigentlich kann ich jetzt nichts außer machen hier ein bisschen Steine zu sammeln und zu warten aber ist doch geil wenn wir jetzt schon eine Schildkröte Kröte Kröte haben meine wir sammeln hier mal ein bisschen Steinchen warum ist dieser Baum hier schon wieder Baum weg hier ich glaube ich bin zu schwer ja Inventory wow immer mit so viel Holz brauche ich gar nicht so wie viel bist du 72% geil vielleicht kriegen wir den tatsächlich das wäre geil wenn wir den kriegen würden so sammeln wir hier mal ein bisschen mehr von den Dingern damit wir mehr Dinos ähm zähmen können na wie viel ist er jetzt 74% war ist er 72% immer noch okay vielleicht nochmal ein bisschen mehr komm ich sammle nochmal ein bisschen mehr ein bisschen mehr von den Bären so komm her ich rette dich beziehungsweise ich zähme dich oh da ist ein Raptor äh zack 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 komm schon ich will weg hier hier ist ein Raptor fließ klease komm nur noch paar Prozent bitte bitte und danke komm schon Mann du bist bei 93% Dino ja ich hab ihn äh Stando nehm ihn einfach nach mir weg zack hallo hi ja hi ja komm mit wir gehen jetzt komm Schildkröte folge mir ab nach Hause der ist halt relativ langsam muss man wirklich mal sagen aber das ist nicht so schlimm weil dann kann ich hier nehmen nebenbei noch ein bisschen was holen wir haben unser erstes Tier Erfolg unser erstes Dino erfolgreich gezähmt so der steht gerade auf Following Event das steht da was passiert wenn er jetzt in der Nähe von einem Triceratops kommt passiert da irgendwas ich glaube nicht aber ich gehe einfach mal hier oben lang ja wir nehmen hier auch noch mal ein bisschen mehr Beeren mit damit er auch was zu fressen hat das ist auch ein Triceratops der auch zu uns kommt aber die sind halt Pflanzenfresser ne die tun eigentlich glaube ich gar nichts hmm Schildi kommen sie näher okay das ist geil das ist geil jetzt müssten wir eigentlich nur noch so Raptoren oder sowas irgendwie zähmen das blöde ist warum schälen die eigentlich bei mir das geht doch so nicht warum ist dieser Triceratops hier moin 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 was können wir denn jetzt ähm wir müssten außerdem ah das fällt mir gerade ein wie heißt der wie heißt dieser Dino ich habe schon wieder vergessen wie der Dino heißt ähm was ah hier äh Zion oder Zion ne back back behavior nein ah hier nein 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 change attack your was äh change follow distance disable following ah hier müsste der eigentlich stehen bleiben oder ja er bleibt stehen wunderbar okay packen wir mal hier ein bisschen mehr berries wieder rein zack zack warum habe ich eine Brille in meinem Event da ähm das passt da auch noch rein diese Steine mehr 71 Steine die kann ich gebrauchen äh ähm das kommt ja auch noch rein so boah ich hab 151 von diesem Fibber so ein da macht der was gegen meinem kleinen Baby hier aber wir können da noch irgendwas anderes machen so attack your follow distance medium disable looking change enable wandering ah ja das heißt der läuft dann auch rum ja aber das muss er nicht machen ne du bleibst einfach schön hier stehen du kleiner Fratz so wir müssen jetzt erstmal gucken äh ne nicht da gucken erstmal gucken was für einen Sattel wir denn da brauchen ich hab ich hab aber allerdings seinen Namen vergessen vielleicht finden wir den ja hier ah hier Carbonemis was weiß ich für ein Sattel das hier learn so was haben wir dafür gar nix gar nix ne wow Fibber 95 heilt Zement was wir brauchen Zement wie kriegen wir denn Zement her egal wir machen hier erstmal alles was hier so unten ist oder Narkotik ah das ist so ein Narkose ne ich hab grad geschissen ah ja was ich eigentlich machen würde ist sogar ein Bogen zack und zack so können wir nämlich einen Bogen machen das ist so geil wir machen auch mal hier einen Cooking Pot Multi Panel Rack na gut sollen wir noch so ein sollen wir noch eine Bola machen ja komm wir machen noch eine Bola und dann reicht es auch so okay ähm haben wir Fleisch nö ich hab den ja nicht kaputt gehauen ne eigentlich müsste ich noch ein bisschen Fleisch suchen aber egal äh so Inventar was ist das egal so unser Mülleimer ist hier dieser Fluss sollte man eigentlich nicht machen ich weiß aber wir haben keinen Mülleimer hier so bam 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 okay so denn wenn euch dieses Video gefallen hat lasst gerne mal ein Like, Abo und Kommentar da wir haben jetzt erfolgreich eine Schildkröte wirklich sehr geil ähm ja wenn euch dieses Video gefallen hat lasst gerne mal ein Like, Abo und Kommentar da schaut außerdem auf meinen Diskutator vorbeidest unten in der Videobeschreibung verlinkt aktiviert die Glocke damit ihr kein Video mehr verpasst habt einen traumhaften Tag haut rein Leute euer Sandow tschau 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 und dann 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 Vielen Dank.